Du willst alle deine Ziele einfach erreichen? Dann beschäftige dich oft genug damit. Visualisiere sie. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, deine Ziele vor Augen zu haben und je öfter du dich damit beschäftigst, desto schneller wirst du sie erreichen. Es ist vielleicht der Schminkspiegel oder der Rückspiegel im Auto, dein Portemonnaie. Überall passt ein Bild oder ein Wort hinein, was dich an deine Ziele erinnert. Und je öfter du dich damit beschäftigst, desto eher bekommt dein Bewusstsein vom Unterbewusstsein den Auftrag, jetzt raus aus dem Wartesaal der Hoffnung, rein ins Aktivcockpit des Lebens. Und übrigens, Ziele bedeutet nicht zu wissen, was man nicht mehr möchte. Ziele zu erreichen bedeutet zu wissen, wohin man will. Und das ist, was du ab sofort schaffst. Deswegen viel Spaß beim erreichen deiner Ziele.